Hey, du bist der Neuer, oder? Ja, genau, der bin ich. Komm ich denn da hinterher? Du stirbst, du stirbst. Sag ich doch. Hihihi, hab alle drei. So, fallen lassen. Und jetzt raus hier. Das lief ja fast gut. Wie geht's denn so, Officer? Ja, gut, danke. Ich hab' Sie doch schon mal irgendwo gesehen, oder? Kommen Sie mal her, Mann. Nein. Hey, wo wollen Sie hin, Freundin? Ich wollte gerade mein Verkaufsgeräusch... Scheiße, Alter. Ganz langsam. Lassen Sie sich mal ansehen, Sie Drecksack. Wieso bin ich da nicht rausgekommen mit Instinkt? Ganz langsam. Lassen Sie sich mal ansehen, Arschloch. Na komm, komm her. Ich bin's. Ich hinterlässt definitiv ne Spur hier drauf. Ich hätte ihn schon. Hätte mich später wieder. Haha, scheiße. Komm, hau ab. Er kannte meine Tarnung. Was soll ich machen, Freunde? Er kannte meine Tarnung. Ich tu ihn ja schon hier, weißt du? Ich werd ihn schon los. So kann man sich natürlich auch, äh, fieser Menschen entledigen. Ich geh jetzt mal an dem hier vorbei und guck, ob ich an dem wenigstens irgendwie... Ja, okay, den juckt das nicht. Alter, ich muss da hinten raus und an den einen vorbei. Na, klasse. Ich freu' mir. Ich hab mir so schlecht Gesicht am Herzen. Ja, zum Glück. Ja, ja. Fast so aus wie Agent 47. Da ist der Ausgang. Ah, Ausgang. Was ist das denn hier? Hebel ziehen, was passiert denn dann? Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht hab, aber ich hab irgendwas gemacht. Ah, Schloss knacken. Komm, mach. Rein da. Juhu! Sehr schön. Ach ja. Na komm. Oha, was kommt denn jetzt? Lennys Gang. Okay, zwei Gegner. Oh fuck. Da steht einer. Und da oben hinten steht einer. So, den Weg hab ich hier schon mal gespart. Der sitzt blöd rum. Was ist das hier? Irgendein Strom gelöt. Was ist denn das? Ich seh ja auch nur die Kabel langlaufen. Ah, warte mal. Idee. Gib mir mal den Schraubemotterschlüssel. Und jetzt die Kabel lockern. Aber wie? Würde ich ja gerne. Ich hab doch einen Schraub. Ah, da. Hihihihi. Ich hab irgendwas gemacht. Ich weiß nicht was, aber ich hab irgendwas gemacht. Dürfst du dir Strom ein bisschen? Ach, da. Hä? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber egal. Schalter ist gedrückt. Was soll's. So. Pennt der? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nein, der pennt nicht. Haha, dann geh ich meinen anderen Weg. Okay, das knattert vor sich hin. Ein offenes Fenster? Ach, da oben. Ahaha. Wenn ich jetzt hier hochklettere. Frage ist jetzt natürlich. Sehen die da drüben mich oder nicht? Es wäre natürlich geil, wenn sie mich nicht sehen. Dann kann ich mich da oben einfach durchs Fenster. Ah, da hinten ist der Typ. Ah, beide Typen sind dahinten. Ah, da ist auch noch einer? Aber ist da hinten noch ein blauer? Oh, ich dachte grad, dass da drüben wäre ein Typ. Heidewitzka. So, damit sind wir schon mal hier oben. Womit könnte man Leute ruhig stellen, ohne sie zu verletzen? Ach da. Naja, Schlaftabletten. Die kann ich in irgendein Gemisch wahrscheinlich rühren. Ich weiß noch nicht hinweg. Alter, was sieht denn hier alles rum? Okay. Ah. Da haben wir eine Wache. Und da haben wir einen Kronleuchter. Ich würde glatt behaupten, dass ich den da oben runter holen kann. Was? So geht das nicht. Oh doch, hat funktioniert. Aber irgendwie hab ich nicht getroffen. Scheiße. Hahaha. Fuck. Oder hab ich ihn doch getroffen? Ich hab ihn nicht getroffen. Da unten ist ja der andere. Fuck. Ich dachte, ich könnte ihn töten. Moment. Und was macht der andere hier gerade? Der geht wohin? Der ist da. Frage ist nur, was bringt mir das? Der ist am Schaltkasten. Den ich ein wenig manipuliert habe. Hey, was ist denn jetzt los? Oh. Ah. Ah, scheiße. Oh Mann, was ist passiert? Oh Mann. Ich glaube, ich hab ihn ein bisschen geröstet. Sehr gut. Das war Nummer 1. Nummer 2 läuft gerade unten lang. Und der läuft da. Kommt der gerade hoch? Der kommt gerade nicht wirklich hoch, oder? Der kommt wirklich hoch. Oh oh. Kommt der auch hier rein? Ne, der biegt ab, oder? Ne, der bleibt da hinten. So. Wie gesagt. Jetzt geht's darum, dass wir mal gucken, wie wir den nächsten ausschalten. Es ist wirklich, wirklich ein krasses, äh, hier. Wie heißt es? Konzentrationsspielchen. Aha, neue Verkle... Ah. Ich bin jetzt der Friseur-Typ. Kann ich hier auch direkt irgendwo die Leiche verstecken? Guck mal gerade. Guck mal gerade. Da kann ich mich verkleiden. Ne, verstecken kann ich nicht. Okay, das muss ich mir dann irgendwo anders suchen. Ah doch, hier könnte ich's theoretisch. Muss natürlich nur gucken, dass ich den auch irgendwie hier hinkriege. Was ist das? Achso, Mutterschlüssel und Flasche. Was ist das da unten? Ich bin so neugieriger Mensch. Was gibt's denn hier? Da vorne gibt's irgendwas. Hier. Super scharf, direkt auf Steak. Okay. Ich sag, mit dem Essen lässt sich irgendwas... Ach, da drüben ist die Leiche, genau. Mit dem Essen lässt sich irgendwas machen. Ich hab schon die Schlaftabletten gefunden. Dann hab ich hier dieses Steak-Zeug gefunden. Ich denke mal, dass ich irgendwo was mit dem Essen machen kann. Muss ich natürlich nur gucken, wo ich hier das Essen finde. Da drüben finde ich's. Hey, hey, Finger weg von der Pizza. Die ist nur für Lenny. Sie wissen schon. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie... Hier haben wir das Steak. Lenny ist mein Einzelner, der muss am Leben bleiben vorerst. Okay, den muss ich am Leben lassen. Okay. Das ist doch schon mein Anfang. Ich hab die Pizza gefunden. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich ihn dazu kriege. Ah! Jetzt sind sie weg. So, jetzt haben wir die Schlaftabletten im Essen. Jetzt hol dir mal ein Stück Pizza, mein Freund. Hol dir ein Stück Pizza. Hol dir ein Stück Pizza. Links, 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 links! Ah! Ne! Was macht denn der jetzt? Kollege, da steht deine Pizza. Ich hasse ihn gerade so ein bisschen. Da! Pizza! Ich weiß, du magst Pizza. Ich weiß, du magst Pizza. Hier, Pizza. Wir müssen hier wirklich noch einen Rundgang warten, oder? Du magst Pizza. Ich weiß, dass du sie magst. Hol sie dir. Was läuft denn gleich im Fernsehen? Hey! Wo hast du denn die Klamotten her, Mann? Von dem Obdachlosen? Ich will doch in Ruhe Fernsehen gucken. Ich geh mal hier hoch. Wir müssen jetzt anscheinend noch warten, eine Runde, bis Lenny wieder zurückkommt. Wir können aber hier beim Pool zugucken. Aber hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Ich weiß nicht irgendwas. Mein Bench ist schließlich nicht wegen dir. Ah, Medizin brauch ich gerade nicht. Okay. Das heißt, wir haben wirklich alles jetzt gefunden, was wir gefunden haben. Ah! Ähm. Ich glaube, ich bring ihn gerade um. Das sollte ich eigentlich noch gar nicht, ne? Oh, oh. Sollte ich ihn nicht eigentlich erstmal am Leben lassen? Ob ich's mit der scharfen Soße übertrieben hab? Oh, scheiße. Wenn die Jungs das merken, wenn die das merken. Halt sie mich für ein Schwächling. Oh, fuck. Es war zu früh, oder? Fall mir jetzt nicht einfach um. Oh, scheiße. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Ne, bleib stehen, ist okay. Ich mach hier einfach mal den Herd an. Lalala. Huch. Komm, jag dich selbst in die Luft. Mach dir ne Kippe an. Genau, stell dich hin. Mach dir ne Kippe an. Jag dich selbst in die Luft. Komm schon. Ich kann jetzt hier nicht rumschießen. Ich kann jetzt hier nicht rumschießen. Ja. Kippe. Rauch doch einfach eine. Ach, Lenny, bleib jetzt einfach da stehen, bis wir hier fertig sind, oder was? Der raucht einfach. Ich rede jetzt hinterher. Nirgendwo, aber es reicht mir jetzt. Alles, was wir hier selber machen, weißt du? So. Mann, Mann. Nervig wieder. Jetzt können wir uns um Lenny kümmern. Na, Lenny? Hey, du hast du deinen Tabletten schon genommen. Weißt du, so grüßen wir uns unten. Unten in Chicago. Lenny, du hast deinen Tabletten schon genommen. Kannst du jetzt mal umkippen? Der kann doch nicht einfach da stehen bleiben, oder? Oh, Titten. Äh. Okay, den nügt das anscheinend wirklich nicht. Okay. Ich muss Lenny da irgendwie weglocken. Ja, sei ruhig. Ein einziger Funke lässt den Raum in Flammen aufgehen. Reicht für den Funke auch ein Schuss? Anscheinend ja. Ist Lenny draufgegangen? Nein. Verdammt, wieso lebt der noch? Warte mal, ich versuch mal, kann ich den hier hinlocken? Was? Ja, kann ich. Hey, hör zu. Ja, ich muss kurz was checken. Weiß ich noch nicht, deshalb checkst du mal. Ich fühle mich. Schüss. Schau her, ich äh. Ich Menge auf der Z anderen Seite. Wie ist es? Vielen Dank.